Mohamed Mourabit kommt in die Partie, 19-Jähriger, hier in Frankfurt geboren. Deutsch-Marokkaner aus der eigenen Jugend beim FSV Frankfurt. Smile Mourabit jetzt draußen. Keiner Heismann, rigoros, gegen den eingewechselten Mohamed Mourabit. Marina Jani. Luz, im Moment noch alleine. Baumgärtel. Und der erste wirkliche Torabschluss aus dem Spiel heraus in der zweiten Halbzeit. Von Mourabit. Kein Problem. Für Fahnden Kugel. Arjani liegt immer noch am Boden. Und keiner spielt den Ball raus. Na ja, klar, Frankfurt sagt sich, wenn ihr den nicht rausspielt, machen wir das auch nicht. Raus machen zumindest mehr als heute hier in der zweiten Halbzeit bislang in Frankfurt. Und in etwa zehn Minuten muss das Halle schon noch über die Zeit bringen. Mourabit. Ochs. Russ. Heidmeier. Und Frankfurt ist noch ideenlos. Aber noch ist es eben nicht so weit. Dscherzula. Faulspiel. Belowski. Und alle Frankfurter rein in die gegnerische Hälfte. Mourabit verliert den Zweikampf gegen kleine Heismann Schilk. Frankfurt im Ballbesitz. Jetzt die erste Minute der Nachspielzeit ist rum. Wenn du so bleibst. Gewinnt der HFC. Bleibt dran im Aufstiegsrennen der dritten Liga. Hat er gesehen. Ach, diese Eckfahne. Ist die schön. Da muss ich hin. Und der macht es gut. Schlag von André Wallenborn. Statt den Abschluss zu suchen. Frankfurt vielleicht nochmal einen Ballbesitzer kommen. Sie können es doch noch auswärts. Zweiter Auswärtssieg.